So, das ist dann schon der zweite Versuch, nämlich die Schwimmherausforderung zu machen. Ich mache das Ganze in Coral Castle, muss jetzt eh Gas geben, weil nämlich jetzt die Zone noch kommt. Aber der erste Versuch ging schon mal in die Hose. Warum? Weil ich das letzte nicht gesehen habe, beziehungsweise übersehen habe. Also, ich hoffe, ich konnte euch davon schon mal helfen, wo die Schwimmherausforderung ist. Und ich würde euch eh die hier empfehlen, weil bei der anderen werden wahrscheinlich mehr landen und mache das Ganze natürlich in Gruppenkeile. Und passt auf, hier nicht nach links gehen, sondern nach rechts. Und zack, Aufgabe geschafft. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Natürlich gerne ein Abo da lassen, gerne ein Like da lassen. Aber ich habe schon direkt bei der ersten Aufnahme gesagt, pass auf, ich schaffe das wieder nicht beim ersten Mal. Ich bin immer so ein Kandidat. Beim ersten Mal, nö. Beim zweiten Mal, dann perfekt. So, also euch noch viel Spaß beim Level. Und ich bin jetzt fast Level 164. Und in dem Sinne, haut rein.